Vor lauter los mich auch noch mit, mit dem Kaffee machen, komme ich ins Lachs, denke mir, wo ist denn der Vogel, weit und breit kein Vogel, gibt es doch nicht, dass der Vogel nicht da ist, suche ich den Vogel, wie bekloppt, sehe ich, dass er wieder die Schüssel rausgeschmissen hat, dass die da unten drin liegt, da einen Haufen Löcher einbissen, jetzt ist der Vorhang dann ruiniert, na, denke mir, das gibt es doch nicht, wo ist der Vogel, schreie Moses, wo bist du, suche und suche und suche und nirgends der Moses, noch Fragen, man merkt, dass Frühling ist, ausschauen tut er wie ein grobes Hände, vermute mal, der ist schon wieder in der Mauser, der ist schon wieder in der Mauser, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, der alte Lausbau, jetzt komm her, komm, ja komm, die Stritzi, die Stritzi, guten Morgen Moses,